. 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 Wenn Sie gern essen sind. Aber meine Reizen sind hier doch schon ausgeräumt. Also wenn Sie es jetzt noch schlechter machen sollten, als Sie es sowieso schon geben, dann weiss ich nicht meine aus. Mit mir, die Mökenfappen! Soll ich mir also nicht mehr als trockenes Brot? So lange noch das, sagt auch das Gott. Es wurde nur für jeden Tag auch ein Glück für die nächste Jahre. So lange noch mehr ein bisschen Brot gewagt ist das von gröschen Gott. So bin ich da richtig, am Blumenweg 87. Wohnt hier ein Troodler? Äh, 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 die, hä? Nummer 87. Ja, ich ruhe mir weg 87, richtig? Aha, äh, ja, äh, Troodler. Das bin ich. Oh! Dann bin ich an die rechte Org. Who is who? Who, who? You? You. Sie? Ehe? Ehe. 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 Ehe.